Wir müssen Sand zur Tunnelbaustelle bringen. Und dafür brauchen wir einen Muldenkipp aus dem Wasserland. Siehst der da? So, so, so. Das schwere Sieb hier. Radler wird jetzt abgelandet. Okay, kannst abfahren. So, so. Der Wand ist ganz nass. Daher fangen wir einen Tropfen wie ein Kiespflaster. So, so. So, so, wie zum Kiespflaster? S RecPorche zu besuchen. So, so, synchen in Ruah und Burger,